Ich heiße Merwa Hamel, bin 30 Jahre jung und habe drei Kinder. Ich bin Tischlerin und bewirtschafte einen großen Selbstversorger Gemüsegarten. Ich bin in die Politik gegangen, aus großer Sorge um unsere Zukunft. Im Jahr 2021 sind wir weltweit und in Deutschland schon spürbar mitten in der Klimakatastrophe angekommen. Wir müssen endlich anfangen, neu zu denken und in allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen ins Handeln kommen. Alles, was die Parteien bis jetzt anbieten, wird lange nicht ausreichen, um die Katastrophe abzuwenden. Deshalb im September mit beiden Stimmen die ÖDP wählen für konsequenten Klimaschutz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017